Bala Bala Bum 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 Bum, okay So, und Error Und Error Und Error Da schwebt er wieder Okay, kurz Ah, okay, gut Ah, ja Ah Schame Bitte Vertrau uns Sie uns Was Falsch übersetzt Komplett falsch übersetzt Verfluchte Menschen Was Simon ist auch kein Mädchenname Zeig dich, Gottheit, böser Geist Oh mein Gott Geist des Vertrauens Ich rufe dich Das Blut der Gottheit wurde entfernt Dem Simon wird das gut gehen Ah, ja Indem ich schon wieder Blut Blut Blumen sammle Für Tee Mythos Breattas Skitty so besiege hohles schaf besiege groß ohrfuchs jetzt füchse 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 war was anderes zu sehen oh ja ja da ist schön oh mein gott ob es mal schaden stirbt noch mehr füchse wie viel füchse dann noch hat sie ausgefuchst ja füchse fertig gut ich sag wenn das lesen und übersetzen wollt dann pausiert das video zwischendurch denn action haben bruno bewegt aha meine action haben ihn bewegt inwiefern bewegt okay okay pilze und die schule pilze lass mich doch mal jetzt es geht danke meiner schild reduziert erläutern schaden oder angriff stapelt angriff was kritschern okay nämlich so ja will ich so pilze besorgen pilze vom pilze pilz 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 alles klar hallo pilze wie geht's euch pilze geht's euch auch so gut wie mir pilze stimmt nicht die kommen bestimmt in den topf rein nur so kann man in den tempel einbrechen mit pilze mit pilze einbrechen okay die bewohner der engelstammes wissen wie man dankbar ist bitte nehmen sie ihre geschenke an was sind das für geschenke was sind das für geschenke die evolution material oh ich hab hier was blaues aber das 98 und dings drauf das ist ja ekelhaft okay und was krieg ich von ihr biene maya du wirst lachen das gleiche 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 lachen das gleiche okay ich höre jetzt auf 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 wie nervig wie nervig wie nervig okay so gott anderthalb stunden schon hier eine gruppe von gespenstern ist vor uns aufgetaucht besiege sie tolle tolle rachsüchtiger geist die werden doch alle rachsüchtig nachher auch kubusik ist ja es ist egal was was bestätige mit verbündeten nimm welcher sanjo mit ich freue mich also danke euch allen ich kann nur hier helfen ich hoffe dass ihr reise reinigungslos und safran verläuft safran ok möge die reise mit uns sein äh ich will das da nicht skillen ich will auch nicht mehr auf crit gehen ich hab ja schon wieder zu viel crit ist nicht gut muss ich wohl muss ich wohl ist ein bisschen ärgerlich aber mir bleibt keine andere Wahl ist natürlich blöd dass man die Wahl der Qual nicht hat äh Donnerschlag 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 Katarismus nö ok so bestätigt gespenster besiegt ah ja noch mehr skilli skilli Errichte ein Mana-Shirt zu deinem Schutz. Okay. Oh, ist das schon... Dungeon? Was? Um... Was? Nein. Hm? Ähm... Nein. Ich will nicht. Bitte nicht. Ich will nicht lang. Ich will nicht lang. Ich will nicht lang. Komm. Jetzt hier so richtig... Äh... Äh... Ich will nicht lang. Ich will nicht lang. heute gehabt da was vergessen beim skillen spezial heute spezial unterwegs sehr speziell sehr speziell also ja ich möchte etwas kaufen und verkaufen verkaufen den ganzen schrat den brauchen wir nicht was soll ich damit tschüss ok das kann ich benutzen ok das ist die erste oder letzte keine ahnung an alter 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 ok mal kurz gucken error da bin ich 390 100 ok kann man kurz reingehen was gibt es denn da 93 ja ja 95 jahre und level 100 ja das und somit angriff ja 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 solo gruppe solo gruppe homestead auf deutsch wird er eh wieder auf englisch so ich glaube nicht dadurch ich da dringend das schaffe was ich schaffen hä interessant ok und noch gar nicht sein ich bin gespannt ich werde es ausprobieren ich muss wissen wie weit ich komme oh ja easy es ist ich werde es ausprobieren ist sie aus kommt zu mir zum ok konzentration ein stückchen weiter also hier müsste ja dann der erste boss sein da drin kommt zu mir ja 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 also naja ich gucke wie weit ich komme an der tür auf war das noch einer naja wo kommen die dann ja da muss er gerade zurücklaufen ne da ich glaube nicht immer dieses betäumen lass es doch mal tür auf ach da sind noch mehr ok altarfragmente hm das kann dauern ich krieg jetzt da durch nö hä was soll das soll ich jetzt das ganze ding hier zurücklatschen nö 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 aber sieht so aus ne nö da ist offen neidlich schlussblumen was gut blumen habt euch wohl 8 Uhr heiliger es bin ich aber gespannt da verarscht mich doch der verarscht mich doch so gebe ich mir aber nicht geschlagen ne also da könnte ich schon knicken also er ist machbar man muss nur wissen wie ein auch auch oh Gott sei Dank Ooooooooh! Ich kotze, ich kotze. Okay. Hä, wo? Warum ist der so schwer? Okay. Ich glaube, ich lasse es, bevor ich hier ... Ist lächerlich. Ist egal. Dann ist es so. Wir gehen raus und ja. Ich werde mich wohl noch stärker machen müssen, bevor ich mich hier durchschlage. Und ja, falls euch diese Folge gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen da. Und wenn noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke unten, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und tschau. Mit ... Äh ... T. Tschüss. T. 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 T.